test 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 1 2 3 guten tag werte da ist eine rückkopplung wir freuen uns sehr herzlich willkommen zum neuen stream bei mirakulina auf dem twitch kanal heute gibt es wieder ein leckeres food and drink essen und kochen und ja ich hoffe ihr habt bock darauf denn wir kochen heute euch wieder ein leckeres gericht die mira kommt da schon dass sie die anführer und ich bin auch da herzlich willkommen zum neuen stream ich setze die kopfhörer auf hey wir haben die kopfhörer im hin also eingeklemmt so wir haben die kopfhörer diesmal aufgeladen wir sind fast richtig richtig gut vorbereitet also der technik meister geht und kontrolliert einmal ob das alle klingt oder nicht und ich muss ins team auch einmal öffnen auf meinem handy genau damit ich sehe wenn ihr was schreibt damit ich das auch beantworten kann wenn da folgt mich nämlich drüber wenn der schritt aktiv ist genau also mein handy liegt hier ich habe hier was zu trinken das ist schwarztee sehr gern also trinken ist richtig und wichtig wir haben auch noch käppchen fertig aus hat noch nicht die ganze kanne heute getrunken planmäßig erzähle ich euch mal was es so gibt moment ja doch das läuft alles wir machen heute eine cremige rote linsen suppe ich hoffe dass ich den titel ja rote linsen suppe thermomix rezept genau der titel passt ich hatte das nämlich gestern noch alles eingestellt mit dem ausrufezeichen rezept kann man ja da habe ich euch das rezept verlinkt also was es so gibt und wie auf die thermomix website kommt also die cookie du wir probieren das einmal aus halli hallo ist der schild funktioniert ja sound ist gut perfekte dankeschön also mit ausrufezeichen rezept das funktioniert aber nur auf twitch dann antwortet heute gibt es feinst rote linsensuppe nom 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 und dann auch noch die website von cookie du heißt falls es jemand nachmachen möchte oder schauen möchte welcher schritt als nächstes kommt dann kann man die website einfach öffnen da sieht man auch welche zutaten ich alle dafür benötige etc genau die einzelnen schritte sieht man nur wenn man ein cookie du abo hat ansonsten kann ich es wenn der stream ich lade den stream wieder hoch auf youtube danke genau ich wechsle den stuhl ich im anschluss wenn wir hier fertig sind mit kochen lade ich den stream auf youtube hoch denn eigentlich bin ich youtuberin ich habe mehrere kanäle also einmal ein hauptkanal da kommt daily vlogs da erfahrt ihr ganz ganz viel aus unserem leben und ein zweitkanal da kommt alles drauf was mit essen zu tun hat und zwar foodhalls also das ist so also foodhalls ist so der größte part ab und zu gibt es food diaries ich mache aber auch kochen und backen jetzt habe ich ein thermomix neu jetzt gibt es halt 1000 thermomix rezepte ich koche auch der gern dein rezept also wir sind da auf jeden fall offen für neue sachen und sehr experimentierfreudig nur nicht nichts mit fisch bitte fisch mag ich nicht genau das hat man beim letzten stream kam marco rein und meinte das war ja fisch kochen und so und aber gesagt nee lieber nicht und auf diesen zweitkanal lade ich im anschluss auch diesen stream hoch das heißt für die leute die nicht auf switch wechseln wollen für euch klar dieses extra auf youtube hoch dass ihr die plattform nicht wechseln muss aber twitch ist auch gratis zum zuschauen also man muss sich nur ein account machen den man kann auch ohne account glaube ich zuschauen ohne account zuschauen sogar ja aber man wenn man mit dem wenn man mit dem streamer interagieren möchte hier auf dem kanal die coolen kanalpunkte verwenden möchte oder vielleicht einfach im mode rein ja machen möchte dann kann man natürlich ja seine kanalpunkte die man hier sammeln kann dafür investieren warum steht denn da ich furze das weiß ich nicht das sind deine kanalpunkte ja das ist der alexa furz generator genau bei twitch also die plattform hat einige vorteile ich weiß man kann natürlich auch auf youtube stream das mache ich morgen auf dem kanal morgen gibt es kräuter brokkoli kräuter pasta freue ich mich schon sehr drauf osak hat morgen geburtstag da freut er sich auch schon sehr drauf ich würde mich freuen wenn noch ein paar leute meinen youtube kanal abonnieren mir fehlen nur noch 50 jetzt musst du gleich mal deinen youtube kanal rein posten können wir das auch so in zukunft einrichten aussagt dass der chat auch noch im stream angezeigt wird ja natürlich ein chat fenster kann ich genau ansonsten sehen die youtube leute den chat nicht ah stimmt ja das wäre voll schade wenn der nicht eingeblendet wird das müssen wir in zukunft machen willst du den haben auf der linken seite oder auf der rechten seite dann rechtzeitig den gerne zu den kanalpunkten noch mal also ich mag ja auch die plattform twitch also auf youtube kann man austremen aber twitch ist halt irgendwie das ist halt ein bisschen cooler man hat mehr funktionen man kann auch so ein bisschen mehr mit der community interagieren und wenn man einfach also wenn man einen account hat der ist gratis und einfach jemand zuschaut dann kann man punkte sammeln also bei mir heißt es jetzt watchtime einfach man kann das jeder streamer benennt dass wir das möchte bei mir gibt es mit coins bei uns gibt es bitcoins bei mir gibt es watchtime das kann man gratis sammeln während man einfach nur den stream offen hat so und dann wird winko moin moin schön dass du da bei wirst wir sind dabei zu erklären was hier los ist genau und auf twitch kann man die dann ausgeben zum beispiel kann man seine nachrichten hervorheben dass man die auf jeden fall liest zum beispiel dann gibt es noch ein witz erzählen ich habe ja hier meine alexa da dann erzählt alexa einen witz ansonsten kann man sich noch persönlich begrüßen lassen im video eigene was ist das hier für eine kanalpunkt belohnung erstellen du hast eine gute idee das ist ja überklug das ist dann eure idee aber ich setze um also genau fantastisch stream verlängerung okay ach so man kann mich auch sport machen lassen das müssen wir wieder rausnehmen wir haben gar kein gerät mehr wir hatten mal ein wie heißt ein trim dich gerät wie heißt denn das so eine elliptical so ein cross trainer ja fünf minuten cross trainer das müssen wir mal rausnehmen also bitte nicht in diesem stream einlösen genau dann auch noch youtube video man ich dann begrüße ich ach so wir schauen dein youtube video reaktion machen wir genau und das ist halt ziemlich cool eigentlich werbung ist ja auch frech muss ich sagen also was hast du da eingeschüttelt na dann kommt werbung nee doch mal drauf ach so das kann ich auch irgendwo einstellen dass der werbung läuft ja das können wir machen über die kanalbelohnungseinstellungen oben im creator der sport da musst du aber wechseln aber das zeige ich dir gleich dann genau genau also wenn ihr 3000 wortschern ausgibt dann kann ich dann lasse ich eine werbung auf twitch laufen dann verdiene ich geld einfach angeschaltet genau und deshalb bei jedem youtuber anders ja signiertes foto gibt es ab 50.000 modcasting interessant und fan treffen ist schon zwei jahre her dass ich das eingestellt habe bin ich selber unklaren ehrlich gesagt fan treffen bis zu 10.000 punkte wenn du in berlin bist laden aussag und ich dich zum café ein kein latte macchiato es gibt nur den schwarzen genau und wie gesagt kostet alles nichts sammelt man automatisch einfach nur wenn man das chat fenster dann offen offen hat und den streamer unterstützt ist natürlich für den stream besser wenn mehr leute zuschauen auch wenn nur der tab offen ist und sozusagen win-win-situation für alle parteien mega geil das gibt es halt alles auf twitch deswegen streamen wir auf twitch und auf youtube gibt es leider nicht aber morgen streame ich trotzdem auf youtube die leute die das interessiert und gerne zugucken wollen da halt auch mal gelivestream wird und wir wollen natürlich dass wir also live streaming ist macht halt immer auf twitch am meisten sinne aber es ist halt schwierig natürlich auch die zuschauer von youtube davon zu überzeugen hey wenn der live stream online ist ladet doch noch mal die twitch app aufs handy runter damit du da eine kleine benachrichtigung kommst hey die mira kocht jetzt gerade ich würde gern zugucken ja schwierig ja also aber wir werden jetzt heute unsere leckere rote linsensuppe kochen also lecker wird das muss ich erst noch ausstellen ja ich esse das ja dann wenn es fertig ist das wird bestimmt ja es gibt vier portionen heute dieses rezept und es ist ultra kalorienarm pro teller 191 kalorien ist ja sehr gut mega ist fantastisch ähm daniel uns geht's gut wie geht's dir genau daniel danke für deine frage wir sind gut drauf eigentlich ist scheint auch gerade die sonne hat sich gerade scheint auf jeden fall die sonne bleibt hinter den wolken ja scheint die sonne bleibt hinter den wolken ja warum sind denn meine witze nicht lustig erklär mir das doch das ist lustig aber das ist so das ist so ein flachwitz wieder so wie hatten wir die flachwitze spuck bitte nicht beim reden das war jetzt kein witz spuck beim reden geht's gut ja wunderbar manchmal läuft ihm so ein sabberfaden runter was so häufig passiert mir das nicht nicht so häufig aber ab und zu halt ne ich musste dich jetzt dissen weil du meine Witze nicht lustig findest ich fand die lustig aber das ist so ein flachwitz das ist genauso wie der flachwitze freitag von manu der war gestern wieder da haben die wieder flachwitze gelassen die war nicht lustig perfekt also ich würde sagen der live stream läuft seit zehn minuten wir haben noch nichts gemacht ich starte erst mal den thermomix das ist schritt eins ey der braucht viel zu lange zum hochfahren ja der sollte aber schneller schneller angeschaltet werden ja mein pc ist in sieben sekunden hochgefahren habe ich auch zusammengebaut ja der thermomix der braucht halt ein bisschen länger und dann suche ich die zutaten raus die zeige ich euch dann noch mal ganz entspannt und dann fangen wir an mit dem kochen würde ich sagen dann geht's los mit dem kochen das rezept nicht so wie letzte woche wird auf jeden fall in diesem stream fertig ich habe nachgeschaut es dauert ungefähr 45 minuten insgesamt das heißt wenn ich wenn wir das so langsam weitermachen in diesem tempo hier ja ich habe das auch in zwei stunden dann schaffen wir das in zwei stunden genau ist auf jeden fall bis 13 uhr das gericht fertig zu kochen plan ist auf jeden fall ungefähr zwei stunden zu streamen und ja vielleicht erst mal im stream vielleicht erst mal im nachhinein apropos essen im stream wir haben wieder bock auf youtube nen mukbang zu drehen wir hätten halt aber gerne themenvorschläge sage ich jetzt direkt am anfang was ihr gerne von uns wissen wollt was euch interessiert einfach rein damit in die youtube kommentare der mira per instagram auf community handy oder halt hier eine live chat wenn ihr dabei seid und ja da wollen wir uns sehr drüber freuen einfach einen themenvorschlag also als inspiration unser nächstes mukbang video themenvorschlag mäßig habe ich mir ausgesucht kooperationen genau fand ich ganz spannendes thema eigentlich wir können ja auch weiß ich nicht auch mal youtube insights machen so was man alles im dashboard sieht oder ich weiß nicht irgendwas irgendein spezielles thema hat irgendwie was cool ist was mit uns zu tun hat oder mit osak oder weiß ich nicht in dem aktuellen weltgeschehen oder das letzte mukbang war also politik politische themen nicht nee also politisch wollen wir hier auf diesem kanal nicht werden also auf gar keinem kanal von mir ansonsten also unser letztes mukbang hatte den thema haushalt wer macht was wer macht wie viel wer hasst irgendwas wer macht irgendwas besonders gerne mit was putzen wir und wie häufig also diese ganzen fragen ganze menge haben wir da beantwortet also thema haushalt putzen sozusagen das ist eigentlich ganz gut gelaufen bisher finde ich ist in ordnung hatten wir als letztes thema fand ich auch ganz cool konnte man ja auch gut halt drüber erzählen so ja also da würden wir uns über weitere vorschläge freuen gern halt in die youtube kommentare dann wenn ihr das später hört wie dem upload ich suche jetzt die zutaten raus zeigen wir das jetzt weiter sie zeigen mal die zutaten wollen sie die zutaten aufs brett legen oder wollen sie die zutaten in die kamera halten nee ich sammle die zutaten hier raus ich habe hier schon brett hingelegt aber es ist benutzt also ich habe heute morgen schon ein obsteller geschnitten genau und dieses brett benutzt und ich dachte ich kann dieses brett noch mal weiter benutzen also ich muss erst mal der thermomix ist hochgefahren und ich muss jetzt erst mal das rezept öffnen würde ich sagen also sonst kann ich nichts raussuchen ich hoffe wenn nicht improvisieren wir ja okay also ich wie gesagt ich gehe heute heute jetzt nach dem live stream noch mal zum edeka und hol was zu trinken für mein live stream dann später du meinst alkohol das kann da nicht sein wir machen eine cremige rote linsensuppe und wenn du zum edeka gehst hätte ich gerne blaubeeren weil ich vermisse blaubeeren jetzt mal waren die ausverkauft da habe ich ja das war das fachlehr aber ich bringe die blaubeeren mit natürlich verstehe ich gar nicht wie das ausverkauft sein kann also als erstes brauchen wir sehr praktisch steht hier vorne 150 ja aber nicht umschmeißen alle 150 gramm zwiebeln da nämlich eine kleine und eine mittlere das kommt hier nebenbei zwei knoblauch 10 da nämlich einmal ein soloknoblauch knoblauch zähl wiegt ungefähr drei gramm und so ein soloknoblauch also der wiegt mehr als sechs gramm deswegen passt das alles chili würde auch sehr sehr gut mit dazu passen lassen wir heute aber weg 900 gramm wasser 100 karotten also 100 gramm nicht 100 karotten heute arbeiten wir besonders effektiv rote linsen was willst du daran zeigen ich möchte dass du da bist guten tag nur so nebenbei dabei wir sind unterwegs ja trotzdem ehre ich hoffe ich mache dein datenvolumen nicht alle so rote linsen habe ich hier du musst lauter reden schatz zu links ich höre mir die stimme noch ganz gut ach so okay dann ist super und das wichtige daran ist das ist auch vor schädlingen und sonst was also so lebensmittel viecher ja ist das geschützt lebensmittel mit dem botten dass man seine ganzen lebensmittel gut aufbewahren kann der gute trick an dieser glas geschichte ist halt auch das dichtet wirklich sehr gut und das ist alles spielmaschinen geeignet ist wunderbar naja wir freuen uns sehr und kann ich euch nur fehlen falls ihr auch lebensmittel aufbewahren und holt euch so große gläser die sind sehr sehr cool da kriegt man alles rein ja also wir haben alles außer zitronensaft zum abschmecken unbegrenzt der herzlichen glückwunsch also ich habe auch unbegrenzt datenvolumen ich habe fredet funk für 30 euro im monat und begrenzt also brauche ich auch kann ich auch nur empfehlen also ich habe alle zutaten hier aufgereiht aus auch muss dann gleich kurz umschalten dann zeige ich euch alles ganz entspannt bitte das sind die zutaten auf den dings gelegt hat das sieht sehr gut aus ich kann das jetzt hier noch mal so ein bisschen mehr so film ich hoffe man sieht jetzt mehr also wir brauchen für diese cremige rote linsensuppe rote linsen brain fuck also wer hätte das gedacht hier hätten war die gewürzbrühe vom thermomix heute und hier ist bärlauch salz drin also eigentlich brauchen wir normales salz aber ich will das natürlich auch irgendwann alle machen deswegen nutzen wir heute bärlauch salz knoblauch zwiebeln paprika pulver muss ich mal wieder neu umfüllen genau also wir haben dafür noch ein kilo im schrank und hier ist komin kreuz kümmel drin das machen wir glaube ich heute alle wie es aussieht wir müssen unbedingt neues kombin kaufen mürchen und paprika ist ein ultra kalorienarmes rezept also schwierigkeitsgrad leicht aktiv muss ich nur zehn minuten daran arbeiten und die gesamte zeit beträgt 45 minuten also wir sollten auf jeden fall in diesem stream damit fertig werden die genauen zutatenmengen die findet ihr bei dem link also ausrufezeichen rezept da ist ein link denn der kommt dann vom night board und da kann man dann die zutaten also die mengenangaben sehen wenn ihr das später auf youtube schaut ich habe das in der infobox auch noch mal geschrieben denn so genau sonst gibt es nichts interessantes wir starten den kochvorgang und ich mache immer so ein bisschen also öl habe ich vergessen gerade zu sagen weil ich dumm bin sorry also ja heute rapsöl unser erdnussöl ist alle aber erdnussöl ist das auch teurer geworden ja das hat sich verdoppelt der preis verdoppelt der preis ja ja deswegen habe ich das ja auch nicht bestellt weil das mit ich zahle nicht sechs euro für ein liter öl das ist mir zu viel sechs euro kostet ja so eine spiegel mit sechs dingern einmal 36 euro ja genau ja das sage ich doch die ganze zeit so in den mixtopf geben der ist ein bisschen verfärbt der mixtopf weil ja wir oder auch so oft tee drin machen wir haben heute morgen auf tee drin gekocht genau der schwarze tee färbt sehr gut da muss ich mal mit dem stahl schwamm rein ansonsten also das sind nur tee verfärbungen also das jetzt nichts ekeliges 30 gramm öl ich nehme aber immer ein bisschen weniger ehrlich gesagt weil ich da kalorien spare habe jetzt so sieben gramm benutzt reicht völlig aus ja ja ich wollte gerade sagen ich nehme fünf gramm um meine schnitzel an deine schnitzel die hast du mit einem halben liter öl in der pfanne gekocht frittiert definitiv also da jetzt keine storytelling bitte so 150 gramm zwiebeln also wir müssen die mal eben verputzen ich mache hier drüben mal die schale ab denn ich habe hier meinen kompost töpfchen da kommt die schale gleich rein eine zwiebelswirbelerin sozusagen wenn es nichts mit youtube wird dann mache ich das beruflich da gibt es einen guten trick in dem mann wie man nicht drehen muss durch zucht wenn man die dämpfe nicht einatmet heult man auch nicht und wenn man durchzug hat ja wenn man durchzug hat und dann heult man nicht wenn man das ja nicht einatmet die zwiebeln hätte er gern gefüllt genau das mehr machen war da auch nicht ich könnte mehr schneiden aber warum das macht der thermomix wir haben jetzt 200 gramm aber wenn man so ein bisschen abweicht das ist kackegal also das stört überhaupt kein also beim wenn man herzhaft kocht denn ist es komplett egal ob man sich da ans rezept hält oder nicht man kann alles austauschen und ersetzen um das rezept ist am ende trotzdem so im oben und ganzen immer sehr lecker anders verhält sich das beim backen beim backen muss man sich nämlich 100 prozent an die zutaten halten sonst ist scheiße ich muss immer alles extra abwaschen das ist so ein tick von mir ich finde es aber auch eklig wenn man das nicht macht willst du dann das eine mal rausnehmen mit dem mit den sport ich habe die auch gefördert jetzt würde die chili reinkommen aber wir mögen das nicht so scharf so und jetzt geht der spaß auch schon los funktioniert auch ohne account also ich habe jetzt noch mal getestet läuft hier im hintergrund genau man sammelt nur keine wortstein genau dann kann man halt nur keine kanalpunkte sammeln aber funktioniert alles sehr gut so ich werde mich jetzt um dieses bei den kanalbelohnungen kümmern hast du gesagt ja also wir machen das jetzt drei sekunden auf stufe fünf es wird also kurz etwas lauter wenn man das jetzt umrechnet also von der thermomix sprache man müsste das halt alles klein schneiden und separat anbraten das war's schon mit dem spatel nach unten schieben das ist doch super für der rest kann ja glaube ich dranbleiben wir können auch mal überlegen ob wir aktuelle sachen machen wie dass ich jemanden zum beispiel im youtube video grüße dann zum beispiel könnte ich mir vorstellen oder einen schluck wasser trinken hatten wir das schon das ist jetzt sehr fein also ich hätte jetzt mit dem messer jetzt auch nicht feiner hinbekommen ehrlich gesagt ich finde das sieht sehr gut aus also das hat er sehr gut gemacht der thermomix einmal mit dem spatel nach unten schieben weil ich denke jetzt werden wir das anbraten und das bringt natürlich nichts wenn es am rand klebt alles wieder einsetzen jetzt hätten war fünf minuten auf stufe 1 wir dünsten das ganze jetzt ja und das geniale ist ja einfach das macht der thermomix alleine ich kann jetzt einfach weggehen ich kann auf toilette gehen kann mir weiß ich nicht die haare kämmen kann an pc kurz gehen kann weiß ich nicht einen telefonanruf erledigen ich muss halt nicht am herz stehen und das ganze umrühren wenn ich das in der pfanne mache und dann an pc gehe und es dann vergesse ja dann haben wir angebrannte zwiebeln kann am thermomix nicht passieren das kann da einfach nicht passieren die rezepte haben auch alle eine geling garantie also auch für kochen oder so ist es alles perfekt ja ich wollte hier ein mürchen schäler haben dann bleibt das hier alles sauber wir haben einen balkon kompost seit letztem jahr und das ist das ist genial wir müssen nie wieder erde kaufen und wir haben halt immer selbstgemachte kompost erde das ist perfekt für die pflanzen ist auch sehr nachhaltig außerdem müssen wir dann weniger auf den mell runter bringen wir haben ja auch nur schwarze mülltonnen hier bei uns muss man ihr dazu sagen seht ihr wie das dampf das ist schon übelst krass es gibt übrigens dann also kannst du kurz umschalten das wusstest du bestimmt auch noch nicht was ich jetzt gleich erzähle aus ob man sieht ja den dampf ne der kommt hier vorne raus immer bei der spitze und wenn man jetzt dreht dann kommt der dampf hier raus man kann den steuern ja weil das ist natürlich unklug wenn ihr das wenn wir hängeschränke über dem thermomix habt und da der dampf hochgeht das ist nicht so klug ja das setzt sich ja auch ab und irgendwann hast du da so eine eklige gammelschicht denn auf den schränken drauf und so ja jedenfalls kann man ein bisschen steuern hoch was machen wir kommen in die schulmaschinen brauchen wir nicht mehr das einzige was wir jetzt noch machen müssen ist die paprika und die mache ich auch direkt und ansonsten ist die schnüppel arbeit halt auch schon erledigt so paprika hier oder drüben ich mache jetzt auch drüben ich ziehe es jetzt durch mit drüben mache ich wieder groß dass man nicht sieht mega geil also super schnelles rezept würde ich auf jeden fall sagen und ich glaube auch nicht dass ich jetzt zehn minuten geschnüppelt habe oder ich meine ich habe jetzt nicht schnell gemacht oder so aber zehn minuten habe ich definitiv noch nicht gebraucht ich glaube weniger ich bin aber auch eine schnelle schnüpplerin ein bisschen länger verschnüppeln aber da musst du öfter machen und dann musst du automatisch schneller naja aber das ist ja dann ein teufelskreis wo du nicht mehr rauskommt trotz dass du nichts ich weiß noch nicht wie der thermomix das gerne hätte deswegen schneide ich die jetzt überhaupt noch nicht aus ich trau mir jetzt erstmal die hände ab die linsen müssen auch gewaschen werden also reis hürse linsen kann man alles noch mal waschen vorher also das haben die früher auch gemacht also ganz früher war das einfach um die lebensmittel motten abzuspülen also ganz ganz früher aber heutzutage ist es auch noch sinnvoll dass man seinen reis und co halt abwäscht einfach um ja verunreinigungen abzuspülen oder produktionsprozess kann ja immer mal was in der tüte landen oder staub oder sowas ja ja also vollkommen okay würde ich sagen sehr sehr gut gefällt mir wie lange braucht der thermomix jetzt noch 50 sekunden noch also die fünf minuten gehen schnell vorbei man kann halt auch währenddessen schon mal vorbereiten und vorschnüppeln ja 90 gramm von den linsen weil ich muss es ja mit dem thermomix abwiegen deswegen sonst würde ich jetzt schon abwaschen aber genau ja es kommt die andere war grausung auf gar keinen fall übrigens man kann auch mit dem thermomix abwiegen wenn der läuft ich glaube musste nur so zweiten also wenn ich jetzt aufs häuschen drücke lande ich dann wieder draußen oder macht er dann weiter ich mache das mal lieber nicht du kannst ja auch noch mal aufs gehen ich muss erstmal die waage zur waage kommt zur waage mache ich auf stream probiere ich erstmal noch mal aus aber man kann auch abwiegen während das läuft so weiter jetzt möchte er 900 gramm wasser haben und das kriegt er dann natürlich auch also es werden ja vier portionen also vier teller zehn 900 gramm so der becher ist voll ja gibt mal her ich bin gerade frech ich möchte erst mal kurz weil die waage ist jetzt an ich möchte erst mal meine 90 linsen abwiegen dann kann ich sie schon mal waschen gleich das ist ich habe die waage an ja perfekt das ist 90 gramm ist ja gar nicht so viel bisher kostet wird so angeblich diesen noch zwei so jetzt drücke ich auf tage weil der deckel ist ja draußen und wir haben jetzt 900 gramm was er kommt allein oder milliliter die gramm in gramm wird das immer gemessen wasser ist milliliter wie gramm das ist das gleiche das wäre wegen der dichte her dass das anders wäre das ist bei wasser bemessen 917 hoffentlich ist das jetzt nicht zu viel dann am ende 100 gramm karotten in stückchen müssen wir hier richtig schnippeln mensch 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 schnitte müsst euch merken ist wichtig fürs rezept halbierte scheiben weil also er püriert es am ende ja eh noch mal weil wir wollen ja eine cremige suppe 115 es war die perfekte karotte also ich ich hoffe es kommt keiner auf die idee die karotte wiegt als mehr als 100 gramm ein stückchen muss ich wieder raus popeln ich hoffe dass da keiner auf die idee kommt ja das könnte man auch machen jetzt möchte er 90 gramm linsen haben und er sagt auch an dass er die gewaschen haben möchte ja ich habe so ein kleines mini netz und ich lasse hier kurz wasser drüber laufen das reicht wir sind richtige profis hier heute ja so bis jetzt ist es auch noch eher so eine wassersuppe genau ich gehe schon mal einen schritt weiter 80 gramm rote paprika ein stückchen ich will mal ausmessen wie viel eine halbe wiegt ich mache natürlich eine gar so jetzt tage erst mal und jetzt ist es aber windig hier drinnen ja also theoretisch wäre es eine halbe paprika ich mache aber eine ganze rein weil ich möchte eine halbe paprika nicht im kühlschrank aufheben eine halbe paprika für diese wollen wir auch nur halbes gemüse dann also wir können so ruhig eine ganze der fabrika rein machen also für das rezept ja oder ich schneide so in scheiben und ans decken weil sie bis die super fertig wir machen das so es kommt eine ganze fabrik also gemüse auch meine anmerkung immer dazu gemüse könnt ihr immer mehr rein machen das ist eigentlich egal bei gemüse also gemüse kann man da macht man kurz im prozess zwei teelöffel paprikapulver ich habe schon saubere teelöffel bereitgestellt hier ein löffel zweiten löffel aber mal leer dann machen wir es danach durch lämmer ja aber erst mal hier durch die spülmaschine dann wunderbar wunderbar das muss erstmal durch die spülmaschine damit es wieder sauber wird ein teelöffel kreuzkümmel gemahlen also kommun ist kreuzkümmel ein teelöffel ist noch drin für ein rezept rechts noch okay wir müssen aber am montag dann einkaufen fahren da fahren wir zu unserem apro shop oder apro supermarket ich liebe kommen werden uns dort wieder mit gewürzen eindecken kombin ist so lecker schmeckt sehr guter kreuzkümmel ja das gibt allen gerichten diesen leckeren orientalischen flavor drei teelöffel gewürzpaste für gemüsebrühe selbst gemacht so dann nämlich den zweiten gemürzbrühe also wenn er diese paste für gesurzbrühe selbst gemacht nicht habt dann dann einfach brühe würfeln also ansonsten ein gemüsesuppenwürfel für einen halben liter er habe ich drei gemacht oder zwei hast du rein der dritte kommt jetzt ja mega geil das zeugs die gemüsebrühe also diese gemüsepaste die habe ich auch schon einmal mit gefilmt fantastisch da ist so viel geschmack einfach drin es ist unfassbar wirklich ein teelöffel salz ich stelle die gemüsepaste erst mal wieder in den kühlschrank selbst gemachtes bärlauch salz habe ich nicht mit gefilmt das riecht aber sehr gut muss ich aber sehr sehr geiles zeugs auf jeden fall mag ich sehr gerne so jetzt benötigen wir wieder den messbecher nein messbecher doch ja 30 minuten jetzt auf stufe 1 ja das war's und jetzt kommt die suppe für uns fertig hin und wird cremig lecker ich stelle die linsen wieder in den kühlschrank das alles was wir hier an abfall haben das kann alles jetzt gewaschen werden und sauber gemacht werden das war's in 30 minuten ist das essen fertig ja rote linsen sind übrigens ein deutsches superfood davon kann man echt mehr essen im alltag so ich frage die spülmaschine immer ein ich bin mal so frei weiß ich nicht wann ich den schmand brauche aber ich brauchte noch ich brauche aber auch noch man vielleicht für für brokkoli pizza übrigens sind alle zutaten teile teile nicht zutaten vom thermomix spülmaschinen geeignet auch das messer und das zweite brett was dann noch liegt das ist sauber das habe ich noch gar nicht benutzt so die arbeit des tages ist einfach mal fucking erledigt willst du vielleicht noch auf instagram nochmal bescheid sagen dass wir jetzt mit dem kochprogramm fertig sind und noch 30 minuten warten unsere suppe fertig ist gleich möchte doch noch einer angucken wie unsere suppe köchelt das kannst du gerne auf instagram teilen und für die leute die mir noch nicht auf instagram gefolgt sind mach das jetzt mal das ist wichtig wir sind gerade live so sieht es aus hier ist die webcam hier ist der live stream hier sehen wir uns da ist der chat und ich habe jetzt schon alles gemacht was so zu machen ist also wir sind ja seit 11 uhr live ich habe schon alles durchgeschnippelt es gibt cremige rote linsensuppe ich hoffe dass sie lecker wird und der thermomix der rötelt jetzt 30 minuten und dann ist das essen fertig und dann können wir das genießen wir sind jetzt gleich auf twitch und wir haben eine menge spaß so das ist wunderbar ich bin begeistert ich freue mich sehr und wir können jetzt natürlich noch mal in den chat gucken Daniel bist du noch da? Maddie bist du noch da? wir würden uns natürlich freuen ob ihr jetzt gesehen habt wie leckere Linse zubereitet wird Wollt ihr das mal nachkochen oder wie sieht das aus? habt ihr jetzt auch Hunger bekommen ich hoffe doch und liebe Maddie wenn du da bist siehst du das hier hinter mir da hier Maddie dein Kissen liegt auf der Couch ja genau ich habe das extra so hingelegt dass man das vom stream aussehen kann ja vielen 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 Dank dafür du kannst ja auch nochmal reinsteigen liebe Maddie so ich komme mal zu euch hin danke für das tolle Kissen ja also ich finde diese rote linsensuppe die ist fantastisch wenig Aufwand vier Teller kriegt man raus ich bin etwas voll vom abwaschen ne das trocknet gleich weg ähm hat jemand gesehen dass ich hier mein Twitch Shirt an habe also ich bin ja jetzt live auf Twitch ja und ich dachte das wäre passend einfach das sieht auch sehr sehr gut aus können die Kamera wieder runter machen jetzt ja da so sieht das jetzt aus so fantastico also wir haben das ganz gut hinbekommen muss ich sagen ich finde dass dieses Rezept wirklich sehr sehr gut ist und ähm ja linsen eintopft man kennt es ja noch früher diese braunen linsen wenn man als kleines Kind da habe ich Kindheitstrauma von die schmecken immer eklig aber rote linsen schmecken sehr sehr gut wir haben auch äh linsen bratlinge gemacht vor ich glaube 14 tagen ja also die haben auch sehr sehr lecker geschmeckt da müsst ihr euch auch mal ransetzen einfach mal mussten wir die vorkochen ich glaube ja oder ja muss man vorkochen also rote linsen mag ich sehr gerne ähm braune linsen habe ich so ein Kindheitstrauma von weil meine äh mutter die hat das öfters verwechselt welches Kind was mag und ähm mein Bruder mochte gerne diese linsensuppe und es war so eine richtig räudige Konsistenz die war so richtig komisch schlotzig und so richtig braun einfach war dieser ganze Teller lass mir noch ein Essig rein in den so ein Teelöffel Essig damit es lecker schmeckt diese Suppe ekelhaft ekelhaft und äh ich mochte das überhaupt nicht dieses Aussehen die Konsistenz der Geschmack das war absolut scheiße und scheußlich ekelhaft und ähm ja aber Kindheitstraum habe ich von Sauerkrautsuppe Sauerkrautsuppe ja das ist wie der Sauerkrautsaft der wir gekauft hatten der fermentierte Sauerkrautsaft habe ich dran gerochen habe ich Brechreißhund gekriegt soll gut sein für deine Darmbakterien ja eklig ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben welches von welchem äh Essen ihr ein Kindheitstrauma habt was ihr als Erwachsene jetzt auch nicht mehr essen könnt genau ja also ne ich hab ja deine sind süße Aufläufe oder ne 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 ich hab das Trauma als vor ein Kind war im Kindergarten dieser Sahnehering mit Kartoffeln was ich essen musste da hat mich die die hat mich die bösartige ähm Kindergärtnerin die die äh Pflegerin die Kinderpflegerin die hat mich hier zwungen das auf zu essen und ich das hat alles eklig bitter und verfault und eklig geschmeckt und da weiß ich noch als Kind musste ich mich davon übergeben ich hab davon so drei äh Hapsel gegessen und dann bin ich auf Toilette gegangen und habe mich übergeben das hat mich übelst traumatisiert danach habe ich nur noch Salzkartoffeln gegessen dieses ja weil ähm ich weiß gar nicht ob das bei euch auch früher so gewesen ist Thema Essen vor allen Dingen ähm wenn man mal überlegt in der Kita wird ja heutzutage auch glaube ich gar nicht mehr selber gekocht sondern das wird immer angeliefert oder ja es gibt bestimmt vereinzelte Kitas wo noch ein Koch steht die sind aber selten geworden also die meisten Kitas kriegen das Standard Fraß sag ich mal und so Essen aufrädern mäßig ich weiß aber als Kind hat mir mal sehr gut geschmeckt also die Klassiker Kartoffelbrei Rührei und Spinat so kennst du diese das was leicht zu kauen ist das mochte ich als Kind auch nicht das mochtest du als Kind auch nicht Spinat nicht ne erst als Erwachsene also ich war als Kind also als Kind mochte ich eigentlich gar nichts das lag vielleicht aber auch an den Kochkünsten von den Eltern also mein Vater konnte eigentlich ganz gut kochen aber eher so Fleisch und äh meine Mutter konnte leider nie kochen und also immer noch nicht also sie sie hat auch mal gesagt so ich koche die Eier schon seit 20 Minuten und die sind immer noch hart und Kartoffeln waren auch irgendwie angebrannt oder roh also irgendwas dazwischen gab es auch nicht also es war immer immer schwierig und würzen also würzen es wird auch nicht ihr Ding sein also das musste ich auch als Kind immer musste ich immer würzen kochen ist ja auch nicht so schwer eigentlich ich habe auch immer ich habe angefangen selbst zu kochen mit 13 14 oder 12 13 habe ich so die ersten Maggi Tüten so mich selbst ausprobiert halt mal gemacht man weiß ja nichts als Kind und man probiert es dann aus und das hat mir das habe ich immer ganz gut hinbekommen und dann habe ich halt mich auch an andere Sachen anprobiert mal mit ein bisschen mehr Gemüse mal ein bisschen mehr Lebensmittel generell die man so hat ausprobiert und das ist halt ganz cool weil dadurch lernt man ja auch selber seinen eigenen Geschmack was einem gut schmeckt und ja natürlich gibt es auch ein paar Rezepte wurden die nicht Abstand nehmen möchte wenn jetzt gerade noch mal auf das Thema mit süße Aufläufe und sowas hin da gab es damals das war also meine Eltern äh oder meine ja ich habe ja bei meiner bei meiner Mutter gewohnt ähm da gab es damals in den 90ern das war von 1900 glaube ich 92 93 bis so 1999 vielleicht kennen das ja auch einige die etwas älter sind oder die das Video jetzt sehen die Hobbitek ja da gab es diesen Jean Pütz das war so ein so ein etwas älterer Herr der hatte keine Haare mehr auf dem Kopf und der hatte so einen Schnurrbart und der hat halt aus so ich weiß nicht so ostmäßig halt immer gezeigt wie man alles selber machen kann ja und äh meine meine Mutter fand das immer sehr sehr spannend und hat dann auch alles von dem Zeug nachgekocht was der da vorher gekocht hat und da gab es dann halt auch aber dieses Thema süße Aufläufe also Nudeln mit Kirsch Kirschen heißen Kirschen und äh eklig einfach eklig das habe ich natürlich nicht gegessen also das fand ich sehr sehr unangenehm also generell bin ich auch kein Fan von süß und salzig und vor allen Dingen warm nicht das Einzige was ich warm essen würde wäre Milchreis mit Zucker und Zimt das kann man auch gar zu essen so das ist noch okay aber ansonsten na Hefeklöße mit Apfelmus ne auch nicht nein 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 ich habe damit kein Problem ne also wenn überhaupt wenn salzig oder süß und bei warmen Sachen möglichst Süßes vermeiden ich meine so natürlich so eine heiße Schokolade ist auch geil Apfelstrudel ja das ist okay das ist halt aber das ist nur süß das ist ein Gebäck das ist nur süß eigentlich genau Gebäck ist Kekse eigentlich na ein Apfelstrudel ist das nicht Blätterteig gebacken ja aber Gebäck ist glaube ich äh schon explizit Plätzchen ach so für Kekse und Plätzchen so ja okay naja aber ansonsten ich würde es halt nicht mischen deswegen Pizza Hawaii auch so No-Go oder äh was gibst du noch Pizza mit Mandarine ja also sagt merkt es nicht wenn man süß und salzig auf einem Teller hat ich musste viel früher als Kind schon helfen ja also persönlich gesehen wobei süß und salzig äh geht auch in der Form von karamellisierter Schokolade also wo so Schokolade und dann salzig das magst du wieder salziges karamell ist da auch ein Schokolade oder so ja das ist cool so wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit wie lange muss man jetzt da gucken weil ich sehe das von meiner Seite 20 Minuten 20 Minuten ja das ist sehr sehr gut also wir haben immer so viel genörgelt als Kinder was das ganze Essensthema betrifft und irgendwann hat dann äh kam das dann so auf so die die super duper Idee die alle Probleme löst äh die Kinder sollen einfach selber kochen ja und dann ähm also wir waren zu zweit als Kinder und einer hat Samstag gekocht und der andere Sonntag ja sehr gut ja und in der Woche gab es dann halt morgens also so Müsli oder Brot und abends auch Brot und äh ja mittags sind warm in der Schule und am Wochenende haben den Kinder dann gekocht war sehr praktisch hat dann aber auch eingeschmeckt oder also also ja also ich sag's mal so ja es also nicht von mir von der anderen Seite ja das andere Kind hat er sich mal ein Rezept ausgesucht und war ähm so ein Räubertopf und das war das war so ein so ein warmes Reisgericht so tomatisch würde ich jetzt sagen da war Banane drin äh ja und das hat mit Banane ja und ich glaube umso mehr ich gemeckert habe und umso ekliger ich das gefahren also gefunden habe umso öfter hat er das zubereitet umso besser hat es ihm geschmeckt also das das war schon das war schon echt ruhig ne also ja da wird mir heute noch von schlecht ja wir haben dann einfach Rezepte bei Chefkoch ausgesucht und ähm ja also die einzige Vorgabe die wir dann von unserer Mutter hatten dass es nicht zwei Tage hintereinander Fleisch gibt also einer musste vegetarisch kochen okay ja aber das ist ja auch in Ordnung das ist ja ist ja okay und wir ansonsten ja ich habe gestern ja auch ich habe gestern nur Nudeln gegessen ja noch oder hatten wir gestern noch ein bisschen doch wir haben gestern den Gyros gegessen wir haben gestern haben wir Gyros gegessen der leckerste Gyros Döner in ganz Berlin selbstgemacht hat er Dönerspieß und abends habe ich Rosinenbrötchen gegessen also ich habe nur also nur die Brötchen und den Gyros gegessen ja ansonsten kann man ja nochmal erwähnen also falls ihr näher dabei sein wollt ihr könnt gerne bei Mira und mir auf Instagram folgen weil dort laden wir täglich Storys hoch und da seid ihr immer ein bisschen näher mit dran und ein bisschen früher mit dabei weil so ein YouTube Video hat ja immer so ein paar Tage Verzögerung kann man ja sagen wenn wir das bearbeiten und hochladen müssen und für auch für den YouTube ja für den Kanal vorbereiten müssen müssen noch Bilder erstellt werden und Einblendungen und was wir halt alles machen müssen bei so einem Video und dadurch dauert das alles natürlich immer ein bisschen länger und wenn ihr mehr von uns sehen wollt und Lifer oder früher dabei sein wollt Lifer? Lifer ist die Steigerung von Lifer verstehst du? okay schwarz und schwärzer ne? ja 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 schwarz und schwärzer aber weiß und weißer gibt es aber oder? ne es ist doch weiß es kann doch nicht weißer als weiß sein ne das gibt es auch nicht das kann es nicht geben das ist ja eine Farbe wie soll sich eine Farbe dann steigern können es gibt doch kein weißeres weiß außer weiß das ist doch der Name dann schon das kann ich dir nicht sagen aber das könnte natürlich so sein ein roteres rot ein schwärzeres schwarz ein schwärzeres schwarz auf jeden Fall schaut gerne wenn ihr früher dabei sein wollt bei der Mira oder bei mir auf Instagram vorbei falls ihr kein Instagram Account habt erstellt euch einen wenn ihr bei Facebook seid habt ihr automatisch einen weil das ist kombiniert oder wenn ihr bei WhatsApp seid habt ihr auch automatisch einen Instagram Account weil das gehört alles zum Facebook Meta Konzern ne automatisch muss man sich trotzdem runterladen ja runterladen aber die Accounts sind gelinkt sagt er mittlerweile dass das alles so aufeinander zugreift das ist doch super von daher also falls ihr kein Instagram habt ihr aber WhatsApp auf eurem Handy habt dann könnt ihr das gerne mal machen und lasst uns da gerne ein Follow da oder falls ihr uns eine Nachricht direkt schreiben wollt dann könnt ihr uns da auch direkt schreiben auf YouTube habe ich das Community Handy verlinkt also eine Telefonnummer für WhatsApp für direkten Messages genau das ist eigentlich das coolste und eure ja eure Infos die ihr uns zuschickt und wie gesagt auch haben wir schon im letzten Stream gesagt hoffen wir auch dass es dieses Mal wieder gehört wird falls ihr Rezept Ideen habt oder euer Lieblingsgericht was ihr besonders gerne esst oder was besonders geil ist dann schreibt uns gerne euer Rezept auf und die Mira kocht das gerne mal nach für euch und wir zeigen dann euer Lieblingsrezept euer Lieblingsgericht bei uns im Livestream selbst wenn es nur Kartoffeln mit Fischstäbchen ist dann ist ich das halt weil die Mira keine Fischstäbchen ist ich mag gar keinen Fisch aber ihr könnt das gerne wie gesagt machen und wir freuen uns sehr darüber das ist sehr 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 schön ja wir sind da auf jeden Fall über alles dankbar ja ihr könnt auch gerne wie gesagt Rezept Vorschläge selbst wenn es jetzt nicht eure eigenen Rezepte sind sondern Sachen die ihr mal gehört habt oder von einem Kumpel von einem Freund die wir austesten sollen ob das wirklich gut ist oder nicht wenn ihr wissen wollt wie das Ganze funktioniert wie das Ganze wird ob wir das essen oder nicht schreibt uns das gerne wie gesagt hier im Nachgang also zu diesem Livestream jetzt hast du genug Werbung gemacht das ist ja keine Werbung ja doch ich wollte noch erzählen ich habe gestern Post bekommen und zwar von Vorwerk also da ist ja der Thermi her und zwar habe ich einen 100 Euro Gutschein bekommen das bekommt eigentlich jeder die sich so ein Thermomix kauft deswegen kann man das ja auch eigentlich so vom also der Thermomix ist ja sehr sehr teuer aber man kriegt ja diesen 100 Euro Gutschein zurück nachdem man genau also den kriegt eigentlich jeder der sich den gekauft hat deswegen man kann das ein bisschen sich schöner rechnen an den Thermomix man kann da die 100 Euro von abziehen weil man ja diesen 100 Euro Gutschein bekommt den man auf der Website einlösen kann und jetzt ist es soweit ich habe ja den Thermomix habe ich ja schon ein paar Tage und jetzt ist mein Gutschein eingetrudelt und ich habe natürlich gleich auf der Website gestöbert was es alles Tolles gibt und ich habe den Peeler bestellt ganz ganz wichtig damit kann ich nämlich auch Kartoffeln schälen und Mörchen schälen rote Beete schälen passt den Nacken schälen also alles was so diese Art von Schale hat kann ich damit schälen und ich kann aber auch damit das ist so eine Welle heißt das so eine Platte die legt man auf das Messer drauf dadurch verkleinert sich natürlich der Topf aber man kann dann zum Beispiel Nudeln rein machen die verheddern also die würden sich ja um das Messer schlingen das geht trotzdem habe ich schon ausprobiert aber es ist noch besser sage ich mal wenn man das auf der Welle dann halt einfach drauf macht genauso wie Reis aber man kann damit mit dieser Welle dann auch Slow Cooking machen denn sie hat eine scharfe Seite wo man halt schälen kann aber wenn man das andersrum drehen lässt die Maschine kann ja auch links laufen dann dreht sie sich ja nur ganz langsam dann passiert mit dem Gargut gar nichts und dann kann man halt so Low- und Slow-Cooking machen so gerade so für so Pulled Pork Geschichten ganz interessant oder für Gemüse oder also für Fleisch vor allen Dingen halt ganz interessant wie findest du eigentlich dieses Emoji ich finde deine Smilies sehr sehr gut aus danke das ist halt der Vorteil von Twitch wir können auch personalisierte Emojis für dich machen Schatz da können wir von dir Gesichter du kannst zum Beispiel so ein Küsschengesicht und mach mein Herz da rein und dann kannst du Mirakiss ist es dann ja dann kann man dir kann man deine eigenen Emojis da rein machen und dann kriege ich meine eigenen Küsse im Chat das ist ja unangenehm wenn dir jemand ein Küsschen schicken will schickt er dir dein Emoji mit Küsschen das ist ja unangenehm das ist doch von gut das möchte ich eigentlich nicht was möchtest du denn dann für ein Emo drin haben sowas wie Übersatt und überklug so wie bei mir das sind ja deine Emots die haben wir ja schon bei dir ja du kannst was hast denn du für Sprachmarken die bei dir immer vorhanden sind kann ich noch erzählen was ich von einem 100 Euro Gutschein als geholt habe ja natürlich erzähl weiter erzählen sie weiter ok also ich habe einmal diese Welle für 39 Euro bestellt und dann habe ich ein Buch Trio bestellt also drei Bücher die gab es im Bundle ja Fit mit Thermomix und ähm genau es waren so drei Bücher wo kalorienarme Rezepte drinstehen oder verschiedene Diätmethoden Fitnessbücher sind das sogar Fit mit Thermomix und Thermomix Diät und so ähm da freue ich mich schon drauf das finde ich ganz cool eigentlich so ein bisschen Inspiration weil wenn ich koche versuche ich ja auch immer so wie heute ähm ein bisschen Kalorienarm zu kochen also die Suppe die wird ja Ultrakalorienarm ne pro 100 Gramm Suppe 191 Kalorien und wir haben ja auch 23 Gramm weniger Fett genommen das musst du ja nach umrechnen das ist ja nochmal 180 Gramm weniger das ist schon sehr sehr gut also nochmal also 45 äh also 1 Gramm Fett ja hat 9 Kalorien so das heißt 10 Gramm Fett haben 90 Kalorien und ich habe ja 23 Gramm Fett äh weniger in den Topf jetzt gemacht ne wir rechnen jetzt mit 20 das ist einfacher 20 mal 9 sind halt einfach 180 Kalorien Kalorien ja genau 180 Kalorien und dann durch 4 weil es 4 Teller am Ende sind spart man nochmal 45 Kalorien pro Teller ist doch gut also theoretisch ne also also auch praktisch also es ist sehr kalorienarm also wenn man an Fett spart das ist schon die halbe Miete beim Kochen eigentlich muss man denn immer Öl verwenden oder könnte man theoretisch auch Margarine und Butter verwenden natürlich nur Butter hat halt ähm also die der Rauchpunkt ne die wird schneller schwarz die Butter mit der kannst du nicht nicht ultra hoch erhitzt dann müsstest du Ghee benutzen und Margarine den Geschmack den mag ich nicht der ist so künstlicher Müll so also entweder also richtige Butter oder Alsahnen also Pflanzenmargarine das wäre okay Hallo Hund und Katz Hallo Hund und Katz schön dass du trotzdem einschaltest Hallo zusammen alle zusammen ich schaffe es kurz reinzuschauen ich hoffe es geht euch gut Danke uns geht's sehr gut vielen Dank wie geht's dir? Wir sind äh gerade mit dem Kochen schon seit 55 Minuten dabei und äh der Thermomix dreht schon unsere leckere äh Suppe unsere Linsensuppe genau also wir haben wir haben halt schon gewerkelt ne deswegen es ist äh ein schnelles Rezept und den Rest der macht jetzt den Thermomix und wir quatschen halt nur ein bisschen dumm in die Kamera so du hast meine Emotes Schatzi guck mal ich weiß das sind Osox Emotes man kann Emotes selber machen das ist überklug und ich überleg mir noch welche Emotes ich für meinen Kanal machen möchte aber das ist halt so ein Twitch Ding halt ne ja diese Emotes sind aber auch schon mega geil muss ich sagen ich feiere diese Emotes wirklich ja es ist wirklich cool ich kann diese Emotes bei YouTube für die Kanalmitglieder freischalten glaube ich genau die werden wir die kopieren du kannst die auch bei Dings das verwenden aber das sind ja deine Emotes das ist egal wir können die doch doppelt verwursten je mehr Leute die Emotes sehen aber wenn du Kanalmitglieder freischaltest willst du die doch selber haben für deinen Kanal das ist doch egal je mehr Leute die diese Emotes sehen desto mehr wollen sie dann haben weiss ich nicht sind ja nur Emotes ja also ich finde Emotes cool leider gucken ja nicht viele zu äh sehr ihr viele zu gucken ähm also ne es waren jetzt bis jetzt sechs sechs da in der Spitze waren acht Zuschauer da aber es ist nicht so schlimm wir freuen uns ja über jeden also wir sehen das Ganze ganz entspannt eigentlich ich kann ja niemanden zwingen einzuschalten aber ich bin ja YouTuberin ne das heißt also eigentlich kennt man mich nur auf YouTube und auf Twitch bin ich eine ganz ganz unbekannte Person ich habe hier zwar ein paar äh Follower ich muss jetzt nochmal gucken 143 143 Follower habe ich hier auf Instagram äh Twitch aber das sind hier alles alte äh äh Follower von vor zwei Jahren als ich da gestreamt habe das heißt ich bin äh ich muss ja hier komplett bei null anfangen auf Twitch deswegen kann man hier auch nicht mehr erwarten muss ich sagen da muss man ja realistisch rangehen aber auf YouTube schauen wir ja mehr zu und morgen streame ich auf YouTube und da freuen wir uns dann natürlich auch darüber und ich kann äh den Stream auch auf YouTube also hochladen dass die anderen das dann auch sehen aber ähm Twitch hat andere Vorteile und wir wollten das halt einfach mal ausprobieren halt noch eine Plattform mit rein zu nehmen und das stört uns denn nicht wenn wir alleine sind also wenn neue Zuschauer uns hier bei Twitch entdecken und uns auch also die Mira sympathisch finden und das Kochen cool finden dann kochen wir natürlich auch häufiger und dazu kommt natürlich halt auch noch dass wir sagen hey ist doch gut dass äh mehr Leute auch von verschiedenen Plattformen sehen vielleicht werden dann aus Twitch Zuschauern auch weitere YouTube Zuschauer oder andersherum das ist halt sehr sehr schön wir freuen uns darüber genau das ist doch eine gute Idee wir wollen halt alle Plattformen halt so ein bisschen bespielen damit jeder uns sehen kann ja egal wo er ist man versucht ja auch immer seine Reichweite zu vergrößern und das kann man natürlich mit einer neuen Plattform ähm machen und da fängt man halt immer dann bei null an aber das das Gute ist ja dass Osok mir ja immer dabei ist und mir hilft und ich mich mit Osok unterhalten kann und das ist ähm ja wir unterhalten uns ganz gut ne ich finde denke das ist auch ganz gut abgesehen davon dass wir ja jetzt mit dem Kochprozess schon fertig sind und wir unterhalten euch oder wir unterhalten die die da sind und jeder der eine Frage stellen kann kann das gerne machen und es gibt ja auch manche Menschen die ähm sind im Livestream zum Beispiel im Twitch dabei die gucken aber gar nicht äh so richtig im Chat sondern die lassen sich eher wie so ein Podcast damit berieseln die hören gerne zu es gibt Menschen die schauen gerne äh die Twitch äh Streams als nebenbei und spielen dann dabei oder lassen sich da berieseln und nicht jeder schreibt auch in den Chat deswegen ist das alles ganz in Ordnung und ich äh bin da über ich sag mal so jeder der zuschaut und uns äh damit unterstützt selbst wenn er nur im Stream drin ist und vielleicht alle 10 Minuten oder alle 15 Minuten mal eine Nachricht schreibt ist auch schon viel wert also viel vielen Dank dafür wann machst du einen selbstgemachten Burger Mira ähm habe ich extrem Bock drauf Osok wollen wir das für das nächste Wochenende festhalten das können wir machen nächste Wochenende aber wir können wir können keine Burger Patties im Thermomix braten wir können aber ich kann Burger Buns aber mit dem Thermomix machen außerdem ähm wir müssen ja nicht mit dem Thermomix kochen wir können auch normal kochen genau wir kochen dann an der an der äh Dings um vorne an der Front sozusagen ja das ist ja gar kein kein Problem wir müssen nicht mit dem Thermomix kochen was macht die Waschmaschine und was macht die jetzt damit also ich kann das ja mal zeigen äh es gibt Fortschritte denn also wir haben die Tür aufgekriegt ähm ähm die war ja äh verhakt und da ist so ein Teil ist abgebrochen so groß war das hier das kleine Plastikteil hier daran scheitert es also das ist abgebrochen das ist der Hebelmechanismus um die Tür aufzubiegen genau und das haben sie extra aus Plastik gemacht einfach damit das irgendwann abbricht also die Waschmaschine ist ja zwölf Jahre alt genau und das war ja nur eine Frage der Zeit wann so ein Plastikteil abbricht weil man nutzt es ja jedes Mal wenn man es auf und zu macht und ja daran scheitert es jetzt ähm genau also wir haben es geschafft das aufzukriegen die Waschmaschine wieder ähm die ist natürlich auch so konstruiert dass man halt es eigentlich nicht selber reparieren kann also alle alle Seiten sind äh vernietet vernietet man man kriegt es nicht auf ohne es kaputt zu machen und wir hatten also es ist auch ein in sich geschlossenes System wir haben es dann wird Ach und Krach und drei YouTube Videos dann hinbekommen also genau das kann ich ja mal zeigen ich hatte versucht zuerst von der Innenseite die Tür aufzumachen aber da das Innendrinne vom Metall her komplett geschlossenes System ist haben wir abgekriegt aber die Seiten haben wir nicht abgekriegt habe ich mir mein Arm aufgerissen so sieht das jetzt aus achst du überbelichtet Schatz sieht man nicht so wenn ich das zudrehe ist es so genau ja jetzt ja jetzt sieht man es da ist die Wunde hier also ist schon ja man sieht es hier aber ganz deutlich dass hier diese ja genau und ähm ja also wir müssen äh nur eine neue Tür kaufen das ist die gute Nachricht des Tages genau äh äh ja und äh also ich hab aber überlegt das Bullauge weil das so ein großes Glas Bullauge ist das kann man sogar noch verkaufen für 10er wer kauft denn sowas es gibt Leute die äh die die eine kaputte Tür haben wo das Glas kaputt ist und die wollen nur das Bullauge haben und ein neues Bullauge kostet auch 50 Euro sehr frech das ist ja krass ja dann na wenn unser Bullauge noch ganz ist dann ist es doch gut dann kann man das ja verkaufen ähm genau also ähm original ist ja immer eh am teuersten kostet 100 100 Euro 106,11 genau so ein neuer Deckel sozusagen und äh no name hatten wir jetzt für 60 Euro was gesehen und wir haben geiler Fisch schön dass du da bist ja also schwieriger Name aber äh du hast ja 100 geiler Fisch mit mir herzlich willkommen im Stream schön dass du da bist ich dachte jetzt musst du hier noch so Ami begrüßen äh okay ähm genau wir haben jetzt noch eine äh noch einen Link weitergeleitet bekommen das kostet dann nur 40 Euro Cent so no name und das können wir dann selber einbauen das ist also und die kann man dann reinsetzen und dann passt das nochmal Glück gehabt würde ich sagen ja nicht so oft gegenrenpeln und Sorg halt ne nee das ist das erste Mal dass ich gegen oder das zweite Mal dass ich gegen die Tür gerannt bin in zwölf Jahren ja na ich bin auch schon gegen getreten das hätte halt äh ach so das hätte dir auch passieren können aber du bist nicht so ich benutze die ja auch tagtäglich so ne du bist aber nicht so tollpatschig und äh groß wie ich mit so viel Kraft na aber ich bin auch schon mal volle Pulle gegen getreten ha 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 Ich würde sagen, wir essen es hier im Stream, oder? Hast du Bock? Ja, ich würde sagen, wir essen es einfach im Stream. Deswegen fange ich auch um 11 Uhr an, damit es zum Mittagessen fertig ist. Genau, dann falls ihr auch mal habt, könnte ich jetzt so ein Sandwich-Toast machen. Ja, also nochmal Glück gehabt mit der Waschmaschine. Weil so eine neue Waschmaschine wäre jetzt echt gerade nicht so geil. Aber ist alles nochmal gut gelaufen. Ja, wir haben jetzt das Glück halt, dass wir die Türen noch auswechseln müssen und dann passt das. Ich habe halt auch selber nochmal YouTube-Videos geguckt. Also es haben ein paar Leute geschrieben, so eine Reparatur von so einer Waschmaschine, die kostet halt, wenn man sie reparieren lassen will, mal locker 250 Euro. Da rentiert sich es gar nicht, es reparieren zu lassen. Nee, da kauft man besser eine neue. Da kann man sich dann lieber auf Finanzierung, weiß ich nicht, eine neue Waschmaschine für 600. Dieses Plastikteil, das war an dem Deckel, also an der Tür dran, und das ist halt abgebrochen. Und wir haben schon gehört, irgendwie das wieder heranzukleben, aber ich glaube, es gibt keinen Superkleber, weil das ist genau diese Arretierung, damit die Tür dann wirklich zu ist. Genau. Genau dieses Mini-Teil ist es halt wirklich. Ja. Und wir haben halt auch keinen 3D-Drucker, wo wir... Das habe ich mir auch immer gesagt. Wenn du mal ein Drehdrucker das Teil nachdrucken lassen und dann ranbringen, ich sage so, ja... Haben wir nicht. Kennen wir auch keinen. Ja, und dazu kommt natürlich halt eigentlich, wenn man, wenn der Hersteller gewollt hätte, hätte er halt an der Arretierung, statt dieses Teil aus Plastik zu machen, eine Schiene aus Metall daran gemacht. Dann kann das niemals abbrechen, dann würde das niemals kaputt gehen. Es ist einfach wirklich dieses Ding, was die Tür dann halt einfach zuhält. Ja. Und es ist also an der Tür abgebrochen, deswegen, wir müssen die Tür ersetzen. Es gibt halt auch nicht dieses... Also, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben... Man hat den inneren Türgriff und man zieht den ja so. Und durch dieses Ziehen sorgt dieses kleine Plastik dafür, dass der Metallhebel, der den Schnapper macht, nach oben drückt, damit man, wenn man zieht, das nach innen aufgeht. Ja, und das ist halt mit Absicht zugeschaltet. Das ist so konstruiert, damit es mit Absicht irgendwann kaputt geht, ja. Und man muss halt einfach den neuen Deckel kaufen. Also, man kann auch nicht dieses Plastikteil kaufen, sondern... Oder man muss einen neuen Deckel kaufen. So, die Suppe ist fertig. Wir machen mal eine Umschaltung. Dann ist es ja gut, dass es nicht die Maschine kaputt gegangen ist. Nee, es ist wirklich nur die Tür. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Maschine funktioniert auch, ne? Haben wir auch aus und an gemacht und so. So, wir haben hier unser Essen. Sie müssen... Aber soll ich mal festhalten? Ich habe schon eine Hand. Moment, warte. So, jetzt. Wir gucken... So sieht unser Essen jetzt aus. Oha. Oh, da dampft es. Man sieht gar nichts. Ich sehe gar nichts. Liebst du die Supreme-Serie von McDonald's? Also, lieben würde ich sagen, nein. Also, lieben ist ein sehr... Also, Ossock liebe ich, sage ich mal. Oder, weiß ich nicht, Erdnussbutter liebe ich. Oder Heidelbeeren liebe ich. Oder meinen Thermomixen liebe ich auch. Aber Fastfood, schwierig. Ja. Ähm, ich mag aber, ähm... Ich finde die jetzt nicht unlecker, ne? Die meisten, die sind schon recht lecker. Nicht jeder, aber die meisten. So. Ähm, so sieht es aus. Ihr könnt jetzt was sehen. Ja, man sieht es auch. Das sind die Milch und die Paprika. Und jetzt püriert er das. Genau. Also, der Deckel soll draufbleiben, ne? Ähm, zwei Sekunden auf Stufe 6. Ähm, nee. Wähler auf Stufe 6 drehen und dann schrittweise auf 10 erhöhen. Also, wir... Äh, ja. Jetzt wird es gleich laut. Also, 10 ist schon recht laut, ne? Aber es ist jetzt schon zwei Minuten. Also, das ist jetzt Stufe 6. Das püriert er aber sehr, sehr gründlich, würde ich sagen, ne? Auch weiter jetzt. Das ist jetzt 7. Ja. Oh ja. Schrittweise, oh Sorg. Ja, ja. Ja. 7,5. Gleich hinter. Anderthalb Minuten noch. Dann ist es vorbei. 8. So, ich trinke meinen Tee noch aus. 8,5. 9. Eine Minute noch. Dann ist es vorbei mit dem Krach. Ich glaube nicht, dass du das auf 10 machen musst. Also, ich glaube auch, das ist schon ultra fein. Ja, klein noch. 50 Sekunden. Dann macht die letzten vor 50 Sekunden auf 10. Ich glaube nicht, dass du auf 10 machen musst. Ich glaube auch, die ist schon sehr fein püriert. Jetzt ist 10. Also, wenn das nicht fein ist, weiß ich auch nicht. Ich hole die Teller. Ich hole die Teller. 17 Sekunden noch. Ich bin schneller als du. Diese Ruhe. Warum war das gar nicht im Mikrofon, muss ich sagen? Der hat eine gute Rauschunterdrücke. Wir gucken jetzt mal nach, wie das Ergebnis ist. Ich mache den Deckel wieder drauf. Der Moment, der muss festgehalten werden. Ganz authentisch. Das erste Mal abheben. Du bist aber wirklich sehr cremig geworden. Das ist sehr cremig, ja. Mh, das riecht auch sehr lecker. Wunderbar. Wir sollen das Ganze jetzt mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Ich sage es euch, wie es ist. Ich habe keinen Zitronensaft da. Da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Nee, aber 10 braucht man also wirklich sehr selten. Also, das meiste macht man, also meistens nutzt man nur so die Hälfte von dem Möglichen. Also, es sieht gut aus, würde ich sagen. Ja. Es riecht fantastisch, würde ich sagen. Und jetzt mit Salz und Zitronensaft abschmecken? Oh, das ist cremig. Also, das ist schon ultra cremig, ne? Ja, sieht sehr gut aus, ja. Wie schmeckt es? Also, da muss kein Salz dran. Da muss kein Salz dran sein, sich genau. Ja, da müssen wir nur noch jetzt eine, hier in der Dingsbums holen. Achso, du kippst das rein. Ich hätte es sonst in der Keller genommen, aber dann kippen wir das rein. Achtung. So, ein bisschen hier kleckert, aber nicht so schlimm. Das ist meine Suppe. So, und das ist eine Suppe. Und die Linse ist auch komplett puriert. Man hat da gar keine Stückchen jetzt mehr. Nee, jetzt hast du keine Stückchen mehr. Das schmeckt aber auch ohne Zitrone, so schreibt Hund und Katz. Ich hoffe auch, ich denke auch. Es ist sehr heiß, aber ich kann es dir gleich probieren. Also, man könnte es jetzt noch mit etwas Paprikapulver bestreut servieren. War es schon mal Paprikapulver hingestellt? Das war alle. Das war alle. Deswegen steht es dann nicht mehr oben. Wir haben Paprikapulver in der großen Dings. Ja, nur noch das. Ich mag am meisten Kürbissuppe beschreiben, Daniel. Ja, Daniel Kürbissuppe ist auch sehr lecker. Das mag ich auch sehr gerne, Kürbissuppe. Man kann das mit Paprikapulver bestreut servieren. Und ich muss das wieder umfüllen. Geh da ruhig mit deinen Dreckpfoten ran, oh sorg. Das ist ein frecher Mensch, wirklich. So, ja. Kann ich Dingsmus haben ein bisschen? Meine, ach so, genau. Wie kostet das erstmal? Und ich würde mir danach noch... Ich mag das gerne. Paprikapulver in Herzform. Ah, war da ein Herzmusik, oder? Nee, hätte ich machen sollen. Ach so. Verkackt. Ist schon vorbei. Ist eine leichte Verzögerung. Das kann ich leider nicht ändern. Was möchtest du haben? Ich hatte sonst gesagt, ich nehme mir noch von meiner Sojasauce. Das esse ich immer gerne zur Suppe. Sojasauce. So wie Maggi ist das halt. Das schmeckt immer sehr gut, wenn man das nochmal reinnimmt. Aber du kostet jetzt erstmal den Geschmack. Kostet erstmal, wirklich. Ich gebe dir deine Sojasauce, aber kostet erstmal. Ich warte jetzt, bis du da bist. Also, jetzt kommt der Moment, wie unser Essen schmeckt. Ich bin begeistert. Also, meine Damen und Herren, so sieht das Ganze nochmal aus. Also, wenn ihr auch esst, ja, dann guten Appetit. Dir einen guten Appetit, mir auch einen guten Appetit. Ja. Das schmeckt auch ohne Zitrone. Gehe ich auf jeden Fall von aus. Nächstes Mal habe ich vielleicht Zitrone zu Hause. Es steht auf dem Einkaufssettel wieder. Das schmeckt sehr, sehr cremig. Lecker. Kürbissuppe mag ich auch sehr gerne. Können wir auch mal machen. Es ist ja sowieso, also jetzt ist ja noch Sommer, aber Kürbissaison kommt auf jeden Fall. Das schmeckt schon sehr gut, aber jetzt mache ich mir doch noch einen Schuss mit rein, weil ich das jetzt auch noch mehr mache. Nächstes Mal in Herzform. So. Ja. Das ist sehr gut. Ich mag das immer mit Sojasauce. Man könnte jetzt auch noch ein gutes Öl drauf machen, sozusagen. Also theoretisch. Also, kaltgepressig Öl meinst du für die Fettsäuren? Ja, na, was man vorhin beim Anbraten gespart hat, könnte man jetzt dazu tun, ein bisschen so ein paar Tropfen oder so. Das ist geil, es ist halt einfach. Schmeckt mir sehr gut, die Suppe, muss ich sagen. Und das sind vier Portionen insgesamt. Mhm. Also, die ganze Suppe werde ich allein noch wissen können, muss ich sagen. Na, du kannst ja noch einen zweiten Teller haben. Machen wir auch gleich. Mhm. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Finde ich optimal. Also, ich finde die Konsistenz auch sehr gut. Mhm. Die ist schlotzig, ne? Nicht so dünn. Hätte ruhig ein paar mehr Linsen noch sein können, eigentlich, muss ich sagen. Dann würde es ja noch dickflüssiger werden, richtig? Ja, oder Kartoffeln würde das gut andicken. Ja, oder Kartoffeln würde das gut andicken, ja. Aber es ist ja jetzt ultrakalorienarm, muss man ja dazu sagen. Das ist ja, dass man da ja gespart hat. Also, dicker kriegt man sie ja immer. Entweder länger kochen lassen oder halt mehr reintun. Mhm. Schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also, die Linse schmeckt man sehr deutlich raus, würde ich sagen. Mhm. Ich muss sagen, finde ich sehr gut geworden. Ich muss ja aber dazu sagen, ich hatte 915 Gramm, äh, 917 Gramm Wasser statt 900. Ach so, ja, aber das, ja, das verkauft ja jetzt also ein bisschen mehr dann auch. Ja, natürlich. Nee, die Konsistenz ist wirklich perfekt. Darauf kann man sich verlassen, dass es denn bei den Thermomix-Gerichten haut es immer hin. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Mhm. Und die Rezepte sind immer sehr großzügig für Messen. Also meistens kriegt man noch so eine fünfte Portion raus. Ja. Und, ja. Mhm. Wo ist der Topf? Mit der Thermomix-Topf? Oder? Du darfst alles in die Kamera zeigen. Na, bist du auf meinen Schniebelwurz? Den mache ich lieber nicht. Wir sind doch beim Essen. Ja, Entschuldigung. Ich wollte was sagen, was nicht dahin gehört. Deswegen. Das, äh, ja. Schwierig. Du hast mich aber trotzdem lieb, oder? Dankeschön. Meistens. Mhm. Kampffisch, schön, dass du da bist. Hallo, ihr zwei. Guten Appetit. Vielen Dank. Hallo, Kampffisch, die 87. Grüße dich. Ja. Also wir sind jetzt leider schon fertig mit dem Kochen. Jetzt ist es nur noch ein Estream. Genau. Weil du den ganzen Kochprozess und alles nochmal nachsehen willst, musst du dann im Stream, wenn das Video online ist, zurückspulen. Das kann man sich dann nochmal angucken. Hast du das eingestellt, dass man zurückspulen kann bei Twitch? Ja, bei Twitch ist das VOD, kann man hin und her spulen dann. Ist aber jetzt noch kein VOD. Nee, nachdem das Stream dann beendet ist. Das geht dann danach. Ich tue dir noch was auf. Ja, dankeschön. Wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist unsere cremige Linsensuppe. Also ich kann ja jetzt hier das Original nochmal zeigen, so, dass es ein bisschen überbelichtet wird. Es ist bis hierhin jetzt noch gefüllt, der Topf. Aha. Marco schreibt Miau. Hallo, Marco. Miau, Marco. Grüße dich, hallo. Schön, dass du da bist. Ich bin eine Katze. Grüß mal den Chico von uns, bitte. Ich hole dir deinen Pizzateig. Er wollte damit sagen, dass auch Würstchen reinpassen könnten. Achso, ja, genau. Wegen der Schniedelwurz-Geschichte war das. Achso, ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, das wäre perfekt. Aber man kann ja auch mal vegetarisch essen. Ja, ich finde es gut. Ich überlege gerade, ist es vegan? Das hier? Das ist vegan, ja. Ja, es ist auch ein veganes Gericht heute. Richtig, das ist komplett vegan, weil wir haben ja kein Schweinefett benutzt, um das anzubraten, sondern normales Öl. Nee, also ja, so Speckwürfelwürstchen oder hier so eine richtig grobe Mettwurst oder so, Mettenten, würde alles gut dazu passen. Sieht sehr lecker aus, ja, Dankeschön. Wie gesagt, das ist eins der Thermomix-Rezepte, was die Mira mit ihrem Thermomix gerade gezaubert hat. Und alle weiteren Rezepte, die du auch mit dem Thermomix machst, findet man bei dir auf dem YouTube-Kanal bei Mira Foodstuff. Also, ey, ich muss das nochmal erwähnen. Hast du diese unangenehme Werbung die ganze Zeit? Nein. Da musst du mal ein bisschen runterfahren jetzt aber auch. Ich mach keine Werte. Die ganze Zeit immer Werbung, nicht nur in diesem Stream, sondern ständig, Osser. Achso. Au, aber. Osser, das reicht jetzt. Heiß, 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 jetzt hab ich verbrannt. Aua, aua. Das war viel zu heiß. Ich muss den kalten Kaffee spülen. Wie kann ich auch nur heiß kochen, wirklich? Ich hab mit einem kalten Kaffee nachgespült, kein Problem. Rettung ab. So, hier ist noch mein Pizzateig drin, den ich heute Abend mache. Das ist nämlich selbstgemachter Pizzateig. Und den kann man dann nochmal mit Mehl durchkneten. Der sieht so aus. Der sieht, ja, der sieht überbelicht. Papi dreht die Werbetrommel, genau so ist es. Ja, ist überbelichtet alles. Man sieht ihn gar nicht. Ah, jetzt hier. Warte, ich zieh noch den Vorhang zu. Ah, ich hab noch gerade den. Ah. Die Gardiner. Ah, jetzt sieht man ihn deutlich besser. Also. Hab ich so den, Osser. Er hält ja auch Brot dazu gebacken. Ja, genau. Brot hätte man auch dazu backen können. Osser wäre doch ein guter Promoter für Hohen. Das stimmt sogar. Vielen Dank. Vielleicht wird's gleich besser, aber unsere Gardinen sind so Goldfarben. Genau. Also so Senffarben. Deswegen ist das Bild jetzt verkackt. Ja, das ist... Du bist golden jetzt, sag ich mal. Sehr, sehr schön. Der weiß abgleich funktioniert. Die funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich kann euch nur empfehlen. Jetzt wird's besser, oder? Kocht das Rezept gerne mal nach. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Mh. Schmeckt wirklich sehr, 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 sehr lecker. Ich kann aber auch Licht von oben an machen. Nee, dann ist es wieder überwürdig. Dann ist es ja noch mehr Licht. Ja, ich dachte, die Belichtung ändert das dann, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Also, Brot zum Ditchen ist auch mega geil für so eine Suppe. Das würde auch gut passen. Nehmen Sie zu XYZ, dann können Sie endlich wieder baumeln lassen. Marco hat auch seinen Job verfehlt, ne? Marco gestaltet dann die Webseite dafür. Marco denkt sich die Sprüche dazu aus, die Werbesprüche. Ja, die Werbesprüche. Ich trage sie vor, er denkt sie sich aus. Das perfekte Stream-Team. Ja, ehrlich, Alter. Marco, hier. Vielen Dank, Marco. Marco. Oh, sag es einfach zu gierig, dann verbrennt man sich nicht. Habt ihr schon mal probiert, Brot im Topf zu backen? Nee, da habe ich auch schon einige Rezepte gesehen. Das soll sehr, sehr gut funktionieren. Aber nimmt man denn nicht so einen Römertopf dafür? Ja, man kann aber auch einen normalen Kochtopf nehmen, wenn er gut eingeölt ist, damit er nicht, äh, damit es nicht anbrett unten. Haben wir noch nicht gemacht? Kann der Ohsack mal machen, er bägt hier öfters Brot. Brot im Kochtopf, das ist genau, das wollte ich sowieso noch machen. Mit der, mit der Superkruste. Sehr gesund jedenfalls, was er da macht. Dankeschön, Marco, ja. Ja, also für, also ich esse heute den Rest von der Linsensuppe auf. Und Ohsack ist zum Abendbrot dann aber halt seine DIY-Pizza. Selbst gemacht, DIY-Do-It-Yourself-Pizza. Selbst gemacht, ja. Oder ein Bräter. Bräter haben wir auch. Stimmt, Bräter haben wir auch. Drei Stück. Ja, da können wir das auch reinmachen. Wir haben einen Glas-Bräter und einen Metall-Bräter haben wir. Zwei Metall. Also das passt auf jeden Fall. Und wir haben noch eine Convenience-Schale, haben wir auch nicht sehr zu empfehlen, wie vom Bäcker. Oha. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt das gute Argument ist, weil das Bäckerbrot, das ist eigentlich nicht so geil. Naja, also die Handwerksbäcker, die waren schon gut gewesen, die wir noch hatten. Ja, aber die taunen ja heutzutage nur noch auf. Also ich finde selbst gemachtes Brot schmeckt deutlich geiler als vom Bäcker. Lesen wir in den nächsten Kommentar von Marco. Heute mal kein deftiger Schweinebraten, Ohsack, unglaublich. Ja. Du kannst ja auf meinen TikTok-Kanal gehen, falls du ein paar fleischige Nachrichten brauchst. Dafür kommt auf die Pizza wieder besonders viel Wurst. Na, ich habe noch Salami-Tief gefroren, die wir von der Metro haben. Die haben wir im März gekauft. Die ist immer noch nicht übrig. Da sind sie immer noch nicht alle. Da hatte ich, glaube ich, ein Kilo Salami gekauft gehabt von der Peperoni-Salami. Die war reduziert um 30 Prozent und die habe ich eingefroren. Die funktioniert unglaublich gut für die Pizza. Ja. Morgen gibt es auch was ohne Fleisch. Ja, genau. Kannst du ja schon mal spoilern, Schatz. Genau. Also morgen stream ich auf YouTube und da gibt es Brokkoli-Kräuter-Pasta. Klar, aber so eine richtig knusprige Kruste und saftig. Da müssen wir das mal machen im Topf, Ohsack oder im Breta. Ja. Nee, nee, TikTok meinte ich. Das ist eine sehr kluge Entscheidung, Marco. Mal sehen, wenn der Zwerg nach Hause kommt mit TikTok und dann schon lang so rumscrollen will. Oh nein, oh, das ist, das, also auf TikTok, da sind auch wirklich die, da sind auch wirklich die, da sind auch wirklich die, die Überfreaks sind da auch, ja. Also, also man kann es ja wirklich sagen, ey, also auf TikTok, wenn du auf TikTok schnell erfolgreich werden willst, dann hast du irgendeine besondere körperliche Eigenschaft. Kann man nicht mal sagen. Dann wirst du schnell berühmt auf TikTok. Weil die Freaks of Nature gucken sie sich gerne an. Ja, also ich finde die Suppe ist sehr, sehr gut, lecker. Sie muss auch nicht nachgewitzt werden, wobei es noch ein bisschen Zitronensaft, so frisch, hätte wahrscheinlich wirklich gut dazu gepasst, um das abzuschmecken. Also Minze hätte man vielleicht, so Minze, hätte das auch gut geschmeckt. Ja, so frische Kräuter hätte man natürlich. Da oben, auf der Oberlinie, nee, da habe ich schon. Da, hier oben auf der Oberlinie. So, jetzt ist es weg. Da war gar nichts. Da war gar jetzt doch, bestimmt. Jetzt ist fertig. Ich denke eher Defizit, nicht Eigenschaft. Ach so, das ist Marco, das tut mir leid, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Nee, da können wir nichts zu sagen. Das sind besondere Menschen, verstehst du? Die sind besonders. Ja, auf TikTok wird man schneller berühmt, je frikiger man ist. Mhm. Genau, aber du machst ja auch TikTok, Ozark. Das passt dann eigentlich ganz gut zusammen, oder? Ja, aber so frikig bin ich ja eigentlich nicht. Ich lade ja nur... Fleischige Nachrichten, meine Freunde. Ich lade halt nur mein Essen rüber. Ich habe letztens einen Kommentar bei dir unter den TikToks gelesen. Er hat dreimal gesagt, wir sind Freunde. Wir sind jetzt Freunde, oder? Hast du dich drauf geantwortet? Nee, ich gucke bei TikTok nicht so häufig rein. Ich finde das ein bisschen... Kann ich die große Kamera jetzt abnehmen von meinem Handy? Ja, die kann ich abbauen. Ja, wir sind fertig mit Kochen. Die Suppe hat sehr gut geschmeckt. Also, die können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir haben das Rezept ein bisschen abgewandelt. So wie immer halt, ne? Aber war jetzt nicht zum Schlechteren, würde ich jetzt sagen. Also, da ist man ja immer so offen und frei, ne? Je nachdem, wie euer Gemüse ist, ne? Würde ich das auch schon machen. Ja, ich bin der Meinung, dass da... Also, mir hat das sehr, sehr gut geschmeckt, muss ich mal betonen. Ich bin ja sonst nicht so derjenige, der so viel Gemüse oder auch extrem gesund kocht. Aber wenn die Mira was zubereitet, das esse ich immer auch. Das Argument ist dann, es ist fertig, ne? Also, wenn der fertige Teller vor seine Nase fliegt, dann isst er das halt auch. Kannst du die fleischigen Nachrichten mal eine Woche lang machen, in denen du überzeugt dein Gemüse als Fleisch präsentierst? Ach so. Ach so, ich frittiere einfach an. Aber das ist dann irgendwie der Rückwärtstroll irgendwie, oder? Ja, ja, das ist der übertrollfleischige Nachricht. Meine Freunde, heute zeige ich euch meinen frittierten Brokkoli. Möchtest du die Fleischtomate denn reinhalten? Ja, ja, genau. Guckt euch diesen saftigen Meatball an, dann schneide ich auch ein bisschen eine Tomate drin. Weiß ich nicht. Ist wild auf jeden Fall. Also, das ist ja irgendwie dann, also, eigentlich, dass er nur Fleisch in die Kamera hält, ist das ja schon der Troll. Das wäre dann irgendwie, also doppelt getrollt. Weiß ich jetzt nicht. Oha. Ay, 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 ay. 20 Nachrichten. Ein Sachsen-Farmer hat die militanten Veganer markiert bei meinen Fleisch-Nachrichten. Ja, das habe ich gesehen. Da werden immer die Veganer markiert. Schwierig. Ja, okay. Osock, hast du jetzt noch was zu dem Stream zu sagen? Oder wollen wir denn, sind wir denn fertig? Oder wie sieht das jetzt hier aus? Also, ich würde jetzt, schickt ihr eine Portion vorbei von der Suppe. Eine Portion reicht, weil meine Familie mag keine Suppe. Was? Oh nein. Gar keine Suppe? Man kann ja von jedem Gemüse eigentlich eine Suppe machen, ne? Die mögen gar nichts. Paprika, Paprika, Tomatensuppe schmeckt gut. Tomatencremesuppe schmeckt gut. Brokkolikremesuppe schmeckt gut. Knoblauchsuppe schmeckt gut. Ist alles lecker. Man kann alles zur Suppe machen. Spargelcremesuppe. Ja, das muss nur ordentlich durchpüriert sein und richtig schön fein sein. Und dann halt am besten ein bisschen dickflüssiger eingekocht, dass es so eine richtig sämige Nomnomnom ist. Ja, oder man haut fünf Pakete Schmelzkäse rein. Das geht natürlich auch, ne? Aber dann ist sie nicht mehr kalorienarm. Super einfach. Jetzt sehe ich den Smiley nicht, Marco. Ja, das ist die Hand, die zum Herz macht so ein... Die Hand, die zum Herz macht? So. Achso. Mit Croutons. Mit Croutons. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also Suppe kann man natürlich durch vieles verbessern. Durch Croutons. Durch so ein richtig geiles Öl oben drüber. Durch Sojasrose oben drüber. Durch Wurstbeilage. Bei der Kürbiscremesuppe, die wir auf dem Spargelhook gegessen haben. Da waren so Kürbiskerne obendrauf auch geil. Oder Brot so zum reindippen und tunken. Macht eine Suppe alles besser. Aber diese Suppe war jetzt hier extra Kalorienarm. Deswegen mussten wir das alles streichen. Aber wenn es nicht um die Kalorien geht, dann kann man Suppe natürlich durch verschiedene Sachen oder frische Kräuter obendrauf halt noch pimpen und besser machen. Das verbessert ja den Geschmack. Und das Grundrezept schmeckt schon wirklich sehr lecker. Man braucht halt eigentlich keine Zusätze dazu. Und man sieht halt auch, man braucht nicht überall Schmelzkäse rein. Nein. Ist es dann immer so, dass bei den anderen Suppen immer Schmelzkäse mit dabei ist? Ja. Muss ja nicht sein. Nee. Ist das so, also vegan? Oder Grießknödel. Ja, Grießknödel. Ja, hier Einlage, Eierstich zum Beispiel, Grießknödel. Du isst ja Grießknödel sehr, sehr gerne, oder? Du isst auch die Hefeklöße, Hefeklopse isst du immer sehr, sehr gerne. Ich mag diese böhmischen Knödel. Die liebe ich über alles. Da könnte ich eine ganze Packung von essen. Deswegen kaufe ich die auch nicht. Die ganze Packung auf isst. Das ist so geil. So böhmische Knödel, so mit so einer Gulasch. Ja, mit so einer Gulasch. Oder so Janka, so zum Reindippen. Mega geil. Kartoffeleintopf und Lauchhacksuppe mögen sie, aber nur eher selten. Diese Lauchhacksuppe, die schmeckt jedem. Ja. Das ist durch Lauch, Hack und ganz viel Schmelzkäse. Ja, ja, das ist immer so eine Fleddi-Suppe. Was ist das? Fleddi-Suppe. Das ist mit so dünn gebackenen Eierpfannkuchen und Scheiben. Ja, das sind die Reste der Frittatensuppe, nennen wir das. Ja, aber kennen wir hier in Berlin eigentlich gar nicht. Ja, böhmische Knödel, Ehre. Lecker mit Kulasch und Rotkraut. Zum Reinlegen, genau. Das ist supergeil. Böhmische Knödel, echt bestes Leben. Marco, da du gerade da bist, wir waren ja bei dir, als wir bei dir im Urlaub waren, hast du uns ja lecker Schnitzel gemacht. Da wollte ich mich nochmal bedanken. War auch mega lecker. Ich habe auch Schnitzel geklopft. Kannst du in einem der nächsten Videos angucken, wenn du Bock drauf hast? Das hört dich auf mit der Werbetrommel, merkt ihr das? Was macht ihr heute noch so Schönes? Na, ich fang jetzt um 14.30 Uhr mit meinem Livestream, Spiele und Gaming Livestream an, bei mir auf dem Kanal. Ja. Und ich werde vorher noch ein bisschen was einkaufen gehen. Mein Kumpel Jörn hat sich angekündigt, der macht mit. Ein paar andere Leute wollen auch mitmachen und wir streamen heute. Wann machst du denn eine Pizza? Irgendwann im Stream abends, wenn ich Hunger habe. Gegen 22 Uhr hat er Hunger. Ja, das könnte sein, so gegen 21, 22 Uhr mache ich dann meine Pizza. Der Teig ist ja jetzt schon aufgetaut, den kann ich ja mal einen Kühlschrank stellen, damit er nicht so aufzocknet. Da muss ich noch einen anderen Teller drüberlegen. Und, ja, typisch, ist die Hand noch dran? Welche Hand? Deine Hand hier von der Waschmaschine. Ach so, von der Waschmaschine. Ja, ich habe das gezeigt gehabt. Ich kann es noch mal, sieht man das hier? Ja, doch, jetzt sieht man das relativ stark hier, die aufgeschnittene Hand hier. Da ist es. Also ich habe mich ja hier, ah, jetzt sieht man es ganz gut. Sehr rot. Also ich hatte mich ja aufgerissen, da habt ihr Hand da, das hat sehr wehgetan. Also der Arm ist es ja, die Hand ist ja nicht da, aber ist halt die Haut passiv aufgerissen gewesen, weil ich da in die Waschmaschine rein gepasst habe und alles. Aber trotzdem, ja, also für den heutigen Tag sind wir auf jeden Fall bei der Mira mit dem Kochen von heute fertig und es hat uns sehr viel Freude bereitet, kann man sagen, oder? Ja, ich wollte sagen, der Osock hat morgen Geburtstag. Ach ja, genau. Ich habe morgen Geburtstag, morgen ist der 17.7., freue ich mich sehr. Und ich wollte heute nicht mehr so viel machen, ich wollte nochmal eBay Kleinanzeigen reinstellen, dass hier unsere Gammel-Ecke so langsam verschwindet. Wir haben gestern wieder was verkauft, eine Heißluft-Fritöse, der Herr Mann hat sich sehr gefreut. Und es muss jetzt aber noch leerer werden, denn wir bekommen in zwei Wochen unsere neue Couch, also die gebrauchte Couch von unseren Freunden, also für uns neue Couch. Und ich wollte die Stube ein bisschen aufräumen und ich habe, gestern habe ich zum Beispiel das Badezimmer, also die Räume, ne, wollte ich ein bisschen hübsch, also aufräumen. Was bekommt der Osock von dir zum Geburtstag? Ich weiß da einiges, was die Vira will geben. Also Osock hat gesagt, er möchte nur körperliche Liebe haben, hat er gesagt. Genau, das reicht mir vollkommen aus. Ja. Ich habe ein paar mehr Wünsche zum Geburtstag. Was denn? Weiß ich jetzt spontan nicht. Ich bin auch mit einem Schein sehr glücklich. Ach so, ah, auch noch der hier. Ja, ja. Das ist wieder typisch, das ist wieder die Frau, ja. Na, du kannst mir einen Wochenend-Trip Hamburg oder Ostsee schenken. Hamburg dann eher die Gegend, dann machen wir das. Da würde ich mich auch drüber freuen. Auf einen Kurztrip übers Wochenende. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Also, wir müssen mal nur planen, aber das kriegen wir bestimmt hin, ja. Ja, also der Osock bekommt nichts. Was haltet ihr vom Leila-Verbot? Marco, das ist sonst so politisch. Ich weiß nicht, was das ist. Das heißt eine Peitsche. Nein, 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 nein. Körperliche Liebe mit Peitsche, das ist nicht mein Ding. Nein, 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 nein. Es gibt auf Facebook, gibt es noch ein altes Video von 2018, da wurde ich ans Andreas-Kreuz geschnürt auf der Venus. Und die Mira hat mich alleine ausgeführt hier mit so einer Lederriemen am Hals. Leder-Hals-Band. Also eigentlich für Tiere, aber das war für Menschen, das Salzband. Dann habe ich ihn so ein bisschen ausgeführt und dann habe ich ihn ans Andreas-Kreuz genagelt. Ja, wir wollten einfach mal ein bisschen Spaß machen auf der Venus. Das war auf der Venus. Wir wollten halt gucken, was die Leute so davon halten. Ein paar haben uns auch lustig angeguckt, aber die meisten wollten dann nur die Live-Shows sehen mit Kameras. Kann man ja so sagen, oder? Ja. So, YouTube-Kommentare musst du hier eben durchlesen. Ja. Da steht er ja drauf, nein, 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 nein. Nein, das war nur auf der Venus. Weil man das machen konnte, haben wir es gemacht, aber das ist jetzt zu intim eigentlich, ne? Das ist jetzt nicht so wie der Typ, wir hatten in Berlin-Tiergarten, gab es so einen Mann, der hat seine Frau in so einem Pferdekostüm ausgeritten. Ja, das war lustig, ja. Der hat sich in so eine Rikscha reingesetzt und seine Frau hatte einen Pferdekopf übergestürmt und ein Kostüm und hat ihn gezogen. Das war in Berlin? In Berlin, ja. Hast du aber, haben wir das real gesehen? Nein, ich habe das nicht, das stand in der Zeitung. Das stand in der Zeitung, ja. Ich suche das raus. Verrückt, ja. Osock mag ja Hunde vielleicht mal in die Türkei fliegen. Auf gar keinen Fall. Äh, also auf gar keinen Fall. Also, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hm, hm. Susi würde aber bestimmt betreten, weil wir jetzt so, weil das perverse ist, das Thema. Ach so. Hm? Ich gucke jetzt gerade, wo das ist. Fetisch-Ausflug bei Pony-Kostümparty. Hopp, 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 Fräuchchen-Lauf-Galopp. BZ. Hopp, 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 Fräuchchen-Lauf-Galopp. In der BZ. Nicht in die Kamera halten, Osock. Ich möchte das weder auf Twitch haben, noch auf YouTube, bitte. Wirklich. Da müssen die Leute selber googeln. Wirklich. Okay, okay. Monetarisierung CPM hier gleich bei Null. Ja, okay, also. Das ist direkt mal gesperrt hier auf Twitch auf Lebenszeit einfach, Alter. Also Kostümparty. Kostümparty. Ja. Ja, nee, also für uns, für heute ist es ansonsten hier bei dir soweit, sage ich mal. Genau, Osock streamt heute bis zum Abend, dann schläft er, den Schlaf wollte er nicht mit streamen. Heute. Das geht ja auf Twitch, ne? Es gibt so eine Kategorie, Only Sleeping. Da schläft er nur, aber diesmal nicht. Ja. Denn er wollte sein Geburtstagsgeschenk und dann, wenn er wieder wach ist auf dem Sonntag, Marco, danke, und dann streamt er weiter und Sonntag hat er dann wirklich Geburtstag. Genau. Dann feier nicht zu doll rein. Ja, wir kriegen das alles. Nicht, dass die Polizei hier wieder steht. Nee, das hatten wir schon mal. Ich habe zu doll gefeiert, da hat jemand die Polizei gerufen. Da haben die geklingelt, hey, hier sollen wilde Partys gefeiert werden mit zig Leuten. Dann stehe ich da alleine mit meinen Kopfhörern vor der Tür. Ja, das war unangenehm. Ja, nee, aber wir kriegen das alles ganz gut hin. Ja, ansonsten können wir jetzt erstmal nur sagen, also ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr beim Livestream hier auf Twitch mit dabei gewesen seid. Genau. Und wenn ihr das im Nachhinein jetzt auf YouTube geschaut habt, auch vielen, vielen Dank. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt... War sehr lecker. Vielleicht gibt es nächste Woche wieder einen Livestream. Also einmal auf jeden Fall Burger, ne? Genau. Burger finden wir gut, war ein guter Vorschlag. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Schauen wir beim nächsten Mal wieder mit rein. Vielen, vielen Dank, Hamfosch. Äh, Marco. Nein, nein, nein. Ablehnen. Ablehnen. Sorry, Marco. Das kann ich nicht annehmen. Nein, Marco, auch das nicht. Der macht das mit Absicht. Der treut da rein. Aber Marco, du kannst nachher bei mir im Stream rein treuen. Irgendein Nachbar hat die gerufen. Tschüss, Maddy. Genau. Also. Osock war wirklich sehr laut an dem Tag. Ähm. Ja. Ja. Wir verabschieden uns jetzt damit auch aus diesem Video. Genau. Und aus diesem Livestream. Morgen auf YouTube und nächste Woche wieder auf Twitch. Genau, nächsten Samstag wieder. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr. Und wo mache ich hier aus? Auf drücken auf OBS und dann bis.